Mein Name ist Sebastian Beck, ich bin Head Coach der Beachvolleyball-Nationalteams. An einem Tag wie hier in Gstaad habe ich Zeit, am Morgen ein Videostudium zu machen. Dann machen wir immer noch eine Aktivierung und treffen uns dann als nächstes zur Spielbesprechung und gehen dann Richtung Match. Während dem Spiel sind wir leider dazu verdammt zuzuschauen und zu hoffen, dass die Athleten alles machen, was wir vorher besprochen haben. Ich finde aber auch genau das das Schöne an unserem Sport, dass die Athleten selber Entscheidungen treffen müssen, sich selber managen müssen. Gstaad Major hat sich in mir selbst entwickelt. Am Anfang habe ich das gespielt, ich habe die Dimensionen noch nicht ganz begriffen. Ich war selber hier als Spieler und dann sehr oft als Trainer. Und es hat sich einfach zu einem der größten Turniere der Welt entwickelt und zu einem der besten oder wenn nicht zum besten Turnier. Ich bin sehr, sehr froh, dass es Gstaad Major gibt und es macht unglaublich viel für uns aus, dieses Heimturnier zu haben.